Musik Hallihallo liebe Kochfreunde Hallo zusammen Hi, Hankook Studio ist wieder bereit Und heute haben wir wieder was richtig leckeres Natürlich aus Ungarn mitgebracht Heute werden wir für euch ein Räuberschnitzel zeigen Auf Ungarisch gesagt Genau Also schauen wir erstmal Was sind die Zutaten Schweinekotelette Weizenmeer Paniermeer Pilzen Käse Eier Bacon Rote Zwiebel Und Ungarische Paprikawurst Genau, ganz viele verschiedene Leckereien Und jetzt bleibt nichts anderes übrig Legen wir los Meine liebe Kochfreunde Also, Tommy schneidet schon Zwiebeln ganz klein Und ich werde jetzt auch Geräucherte Paprikawurst jetzt vorbereiten Und daneben auch noch die Pilze Und das werden wir alles zusammen schön anbraten Also, los geht's Also, guckt Freunde Können wir jetzt Zwiebeln anbraten Und nach ein paar Minuten geben wir schon Unser Paprikawurst Und klein geschnittene Pilze auch noch dazu Genau, Bacon und Paprikawurst jetzt auch richtig anbraten Und am Ende geben wir noch Pilze Und jede dazu So, Kopffreunde, Füllung ist bald fertig Also, vorbereiten wir unser Fleisch Ich habe hier schon Bisschen da reingeschnitten Ein Finger dick ungefähr Genau Und das werden wir gleich klopfen Und dann füllen Panieren Anbraten Und genießen Also, los geht's Kochfreunde Hier gibt's wieder Männerpower Also, brauchen wir wieder Kraft und Energie aus Hungarn Natürlich Palinka-Time Also, viel Spaß Sehen wir uns bald determination Natürlich So, Kopffreunde Onze Füllung wurde abgekült und jetzt geben wir noch geriebene käse dazu und dann können wir endlich unser schnitzel füllen und panieren also los geht's und seitlich schön zu machen damit unser füllung nicht rauskommt und können wir gleich panieren meine liebe kochfreunde es ist soweit es ist fertig geworden unser räuberschnitzel ist jetzt fertig außen knusprig innen schön richtig gefühlt würzig einfach nur ungarisch lasst euch schmecken und nicht vergessen jede woche mit hankuk essen hoffentlich hat unser video euch gefallen könnt ihr weiterhin teilen liken weiterempfehlen und gerne abonnieren wir freuen uns sehr drauf sehen uns nächste woche viel spaß tschüss mit